Bitschdochter, das ist ein Kontratanz. Und Kontratanz heißt, wir stehen dem Kontrat schräg gegenüber. Die ersten acht Schritte. Den linken Fuß nach vorn, den rechten Fuß nach vorn. Jetzt machen wir ein Chassee nach links, sodass wir Rücken an Rücken mit dem Partner vorbeigehen. Den linken zur Seite absetzen, den rechten Rand, den linken Fuß zur Seite. Jetzt setzen wir den rechten Fuß nach hinten, den linken Fuß nach hinten und machen noch ein großer Step mit rechts. Den rechten Fuß nach hinten, den linken Fuß an den rechten Rand und den rechten Fuß wieder nach vorn. Und diese acht Schritte noch einmal. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben und acht. Die nächsten acht Schritte. Wir fangen jetzt an, wir haben mit links, den linken Fuß nach vorn, den rechten Fuß nach vorn. Und jetzt sehen wir ja unseren Partner, wir geben die Hände an, weil wir hier stehen jetzt auch noch ein anderer. Wir quatschen jetzt so, weil wir nicht reingehen. Und machen ein Chuffle vorwärts mit links. Den linken vor, den rechten ran, den linken vor. Jetzt folgen ein halber Turn. Den rechten Fuß vor den linken setzen und eine halbe Linksdringung. Und zum Schluss noch ein Chuffle vorwärts mit rechts. Den rechten vor, den linken ran, den rechten vor. So. Und diese acht Schritte noch einmal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben und acht. Und alles von vorn. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben und acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben und acht. Die nächsten acht Schritte. Wir setzen jetzt den rechten Fuß zur Seite, kreuzen den linken dahinter. Den rechten Fuß zur Seite. Und wir haben jetzt einen anderen Koffer vor uns. Und dort klatschen wir zweimal. Jetzt machen wir einen Rock vorwärts mit links. Den linken Fuß vor den rechten, das Gewichtwechsel wieder zurück. Und ein Chassé nach rechts. Den rechten zur Seite, den linken ran, den rechten Fuß zur Seite. Und diese acht Schritte noch einmal von vorn. Das war der Ausgangspunkt, so. Und eins, zwei, drei und vier, fünf, sechs, sieben und acht. Und alles von vorn. Und eins, zwei, drei und vier, fünf, sechs, sieben und acht. Eins, zwei, drei und vier, fünf, sechs, sieben und acht. Eins, zwei, drei und vier, fünf, sechs, sieben und acht. Die nächsten acht Schritte. Wir machen jetzt eine Vordredrehung nach rechts und setzen den linken Fuß links ab. Der Kanzler jetzt vor und steht mit dem, dann schickt ihr die Hände. Jetzt machen wir eine Vordredrehung nach rechts mit einem Chassé. Die Vordredrehung nach rechts, den rechten rechts absetzen, den linken ran und den rechten Fuß nach rechts. Ich zeige Ihnen diese Schritte, die letzten vier Schritte noch einmal. Das war unser Ausgangspunkt. Eins, zwei, drei und vier. Und diese vier Schritte werden jetzt noch einmal getanzt. Die Vordredrehung nach rechts, den linken Fuß links absetzen. Kleinschen und wieder die Vordredrehung nach rechts und den Chassé zur Seite. Und diese acht Schritte noch einmal. Die Vordredrehung nach rechts und die Vordredrehung nach rechts und den Chassé zur Seite. Und alles von oben. Und ein, zwei, drei und vier, fünf, sechs, sieben und acht. Ein, zwei, drei und vier, fünf, sechs, sieben und acht. Ein, zwei, drei und vier, fünf, sechs, sieben und acht. Ein, zwei, drei und vier, fünf, sechs, sieben und acht. Normalerweise ist der Tanz jetzt nach 32 Schritten zu Ende. Aber nach der ersten Runde kommen noch einmal vier Schritte hinzu. Und das ist ein Walking Chair mit links. Das heißt den linken Fuß nach vorn, das Gewicht wechseln, wieder zurück. Den linken Fuß nach hinten, das Gewicht wechseln und wieder zurück. Halt. Eins, zwei, drei, vier. Und diese vier Schritte werden nur nach der ersten Runde getanzt. Und jetzt noch einmal alles von vorn. Und ein, zwei, drei und vier, fünf, sechs, sieben und acht. Ein, zwei, drei und vier, fünf, sechs, sieben und acht. Ein, zwei, drei und vier, fünf, sechs, sieben und acht. Ein, zwei, drei und vier, fünf, sechs, sieben und acht. Ein, zwei, drei, vier. Und jetzt beginnt der Tanz wieder von vorn. Aber es gibt noch einiges zu bedenken. In der zweiten Runde werden nur die ersten drei Sequenzen beziehungsweise die ersten vierundzwanzig kaum getanzt. In der fünften Runde werden nur zwei Sequenzen, also sechzehnt kaum getanzt. In der vierten Runde werden nur die ersten drei Sequenzen, also vierundzwanzig kaum getanzt. In der vierten Runde werden nur sechzehnt Schritte getanzt. In der fünften Runde werden wieder nur vierundzwanzig Schritte getanzt. Und nach diesen Schritten beginnt der Tanz immer wieder von vorn. So, und jetzt kommen noch einige Tänzer hinzu und der Tanz beginnt von vorn. Und ein, zwei, drei und vier, fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei und vier, fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei und vier, fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei und vier, fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei, vier. So, und jetzt beginnt der Tanz wieder von vorn.